Willkommen zur Storywelt. Die Big Four, das sind die vier weltgrößten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Dazu gehören KPMG, Ernst & Young, Deloitte und PwC. Wenn man an die Big Four denkt, dann denkt man an 70-Stunden-Wochen, an hohe Gehälter, an Performance-Druck und ganz tiefe Einblicke in die Finanzwelt. Hinter diesen Big Four stehen inspirierende Menschen wie zum Beispiel Marco See. Marco ist Standortleiter von PwC in Nürnberg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Karriere zu machen, was es mit dem Klischee 70-Stunden-Woche tatsächlich auf sich hat, wie es rund um das Thema Work-Life-Balance und Gen Z steht und was für eine Erfahrung es ist, sieben Tage in einem Schweigekloster zu verbringen. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt kommt die Folge mit Marco See von PwC Deutschland. Die Rolle der Big Four ist schnell erklärt. Und alle der 30 deutschen DAX-Konzerne lassen sich traditionell von einer der vier genannten Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsprüfung betreuen. Das zeigt die Größe, aber auch die Relevanz dieser Firmen. War es denn damals schon ein Traum vom jungen Marco, mal in diesen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu arbeiten? Ehrlicherweise nein. Ich bin da wirklich reingestolpert. Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit dem Abitur. Ich war viel unterwegs, habe auch nicht das beste Abitur gemacht. Und habe mir überlegt, was kann ich studieren, was dann auch für später mal Sinn macht und habe mich für Wirtschaftswissenschaften entschieden. Ich habe dann in Bayreuth studiert. War spannend. War währenddessen dann auch nochmal eine Zeit in Spanien. Bin dann zurückgekommen, habe Examen in Bayreuth gemacht, dann nochmal zurück nach Spanien gegangen. Und dann war ich fertig. Und dann musste ich mich bewerben. Und dann zur damaligen Zeit, soziale Medien, Internet, gab es in dieser Form nicht. Also habe ich mir die großen Tageszeitungen geholt. Habe mir einen Kaffee rausgelassen, habe die Zeitung aufgemacht und habe nach Stellenanzeigen Ausschau gehalten. Und habe mich wirklich unterschiedlich beworben. Und unter anderem war eine Stellenanzeige von Ernst & Young in Nürnberg dabei. Ich hatte keine Ahnung, was die eigentlich machen. Habe mich beworben. Bin eingeladen worden. Und der damalige Niederlassungsleiter von Ernst & Young, der hat in dieser Zeit gerade seine Frau kennengelernt, eine Spanierin. Und er hatte gesehen, dass ich in Spanien studiert habe. Und deswegen haben wir uns eigentlich nur über Spanien und meiner Zeit in Salamanca unterhalten. Und das war so cool. Das war so ein charismatischer Typ. Der hat auch während des Gesprächs die ganze Zeit seine Goloirs ohne Filter geraucht. Und am Ende hat er gesagt, wollen Sie bei mir anfangen? Und dann habe ich gesagt, was machen Sie eigentlich? Und dann hat er mir das noch erklärt. Und die haben zur damaligen Zeit pro Jahr immer nur einen einzigen Assistenten eingestellt. Und wie schon gesagt, das Gespräch hat mich so fasziniert, dass ich dort angefangen habe. Und dann bin ich so reingerutscht. Dann musste ich den Steuerberater machen. Danach kam der WP. Aber ich bin tatsächlich in diese Karriere reingestolpert. Rückblickend war das echt ein cooler Stolperer. Und es hat mir, also hat das Leben deutlich verändert. Du hast vorhin gesagt, du hast überlegt, was Sinn macht für die Zukunft. Wie definiert man sowas? Also viele meiner Hörerinnen und Hörer sind auch in so einem Alter, wo man irgendwie gerade Abi fertig hat. Oder überlegt, wo will ich mal hin im Leben? Ist ja eine Frage, die immer mal wieder auftaucht. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur für junge Menschen sein. Also wie definiert man für sich selber, was macht Sinn für mich? Nun, ich komme aus einer relativ normalen Familie. Ich musste mich orientieren, wo kann ich mal so viel Geld verdienen, dass ich mir den Lebensstandard leisten kann, den ich ganz gerne hätte. Und wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich was anderes studiert. Wahrscheinlich Philosophie, Geschichte, Politik, irgendwas. Aber ich habe mir überlegt, womit kannst du wirklich Geld verdienen? Und womit kannst du bei vielen, vielen Gesellschaften anfangen zu arbeiten? Und damals gab es Volkswirtschaft, es gab Jura, es gab BWL. Eigentlich wollte ich Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Aber wie schon gesagt, mein Abitur war damals nicht das Beste. Das heißt, damals ist es immer noch nicht das Beste. Hat sich ja nicht verändert. Also der Weg hat mir verschlossen. Deswegen den Weg über BWL. Und mein Sohn hat in der Tat das Gleiche gemacht. Das heißt jetzt nicht mehr Wirtschaftswissenschaften, das heißt jetzt International Management oder International Business. Aber du hast einfach ein großes Repertoire an Optionen. Und du musst dich nicht unbedingt festlegen. Das kannst du später tun. Und es ist nach wie vor, finde ich, eine gute Wahl, so etwas zu tun. Es gibt ja dieses Klischee, wenn du nicht weißt, was du studieren willst, dann studierst du halt Wirtschaftswissenschaften. Aber irgendwo ist ja in jedem Klischee dann doch ein bisschen Wahrheit dran. Und es ist dann auch vielleicht genau wegen dem, was du sagst. Also dass quasi dieser Studiengang dir eben so viele Türen noch offen hält, wohingegen dann andere Studiengänge quasi in so eine spezifische Richtung schon gehen. Ja, und du fängst ja mit den Basics an. Ja, du gehst heutzutage in den Bachelor, lernst die Basics und danach kannst du dich orientieren, du kannst dich spezialisieren. Das ist ja eine riesige Range, was du heutzutage hast. Und ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite gehört dann auch ein Stück weit viel Disziplin dazu, so ein Studium auch mal durchzuziehen. Also ich lerne das gerade, dass ja viele junge Menschen, und das ist völlig okay, da auch mal reinschnuppern und nach kürzester Zeit sagen, ist jetzt doch nicht meins. Durch manche Dinge, durch manche Widerstände muss man auch mal durchgehen. Das war bei mir nicht anders. Ich fand BWL anfänglich sehr langweilig, bis ich festgestellt habe, coole Geschichte. Und als es dann an die Spezialisierung ging, habe ich gemerkt, tatsächlich, das sind meine Interessen und habe das dann auch durchgezogen. Und mein Examen war deutlich besser als mein Abitur. Okay, jetzt musst du mich nochmal mitnehmen. Ich meine, wenn man an die Big Four denkt, dann hat man ja so ein gewisses Bild, ohne das zu wissen, wie es dann tatsächlich ist. Also lange Stunden, viel Arbeit, High Performer überall, wo du hinguckst. Und jetzt, wenn du sagst, du hattest nicht das beste Abitur, also das erinnert mich so ein bisschen an so, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, quasi. Es lag nicht daran, dass du nicht kannst, sondern dass du halt einfach nicht musst. War das ein Übergang, der dir dann schwergefallen ist, zu sagen, du bist aus dem Abitur rausgekommen und hast halt vielleicht, ich nehme das jetzt nur mal an, so ein bisschen nur das gemacht, was sein musste, hin zu in ein Arbeitsverhältnis, wo man dann eben den Anspruch hat, du musst viel performen, du musst viel machen und wirst vielleicht auch direkt an Zahlen gemessen oder an KPS. Das war tatsächlich für mich eine große Herausforderung. Ich mochte das Studieren in Bayreuth sehr. Das war für mich eine sehr freigeistige Universität. Meine Professoren waren sehr freigeistig. Also du konntest dein Studium selber gut gestalten. Und bei Ernst & Young, sehr amerikanisch zu dieser Zeit geprägt. Das war noch die alte Ernst & Young Legacy. Und ich wurde sofort ins kalte Wasser geschmissen. Wir hatten nur englischsprachige Arbeits... Also wir hatten nur englische Arbeitspapiere. In den Teams wurde meistens nur Englisch gesprochen. Du hast natürlich eine gewisse Begrifflichkeit aus dem Studium schon mitbekommen. Aber das Ganze dann plötzlich komplett in Englisch. Du musst dich da reinarbeiten. Gleichzeitig bist du bei neuen Mandanten. Überall ist Stress, überall neue Aufgaben. Das war nicht einfach. Ich habe viel gereist und mein Leben hat sich wirklich signifikant verändert. Ich fing damals gleich in der Busy Season an. Busy Season war zur damaligen Zeit, das fing so im Oktober an. Und ging dann in der Regel bis März. Heute hat sich das auch verändert. Also heutzutage ist die Busy Season oftmals acht, neun Monate lang. Und dann kam viel Reisen dazu. Ich kann mich erinnern. Ich musste damals gleich nach Freiburg. Ich war ganz alleine, durfte in ein tolles Hotel. Das war für mich, als ein Junge vom Dorf, vom Land, war das großartig, in so einem sehr, sehr schicken Hotel absteigen zu können. Hat viel Spaß gemacht. Aber ja, plötzlich waren 60, 70, mitunter auch 80 Stunden, die es da zu absolvieren galt. Das war nicht einfach. Und das hat dich aus dem Alltag, den du bisher kanntest, ganz heftig rausgerissen. Wie, also wenn man an Menschen denkt, die eben bei PwC, bei Ernst & Young arbeiten, dann geht man ja automatisch mal von Menschen aus, die so eine intrinsische Motivation bereits haben, die sich mit dem Thema Disziplin beschäftigen, da irgendwie nie mal Phasen haben, wo sie down sind und so. Wobei die ja, wie man ja weiß, jeder hat. Sind das Themen, mit denen du dich auch schon früh dann beschäftigt hast, erzwungenermaßen vielleicht auch, oder war das bei dir sowieso schon so intus, dass du eben so eine gewisse Work-Ethic, Arbeitsmoral schon mitbringst? Eigentlich nicht. Ich war, wie schon gesagt, in der Schule nicht besonders fleißig, Studium dann schon eher. Aber im Job dann selber habe ich wirklich einen Ehrgeiz entwickelt. Ich fand das auch unglaublich cool, mit so vielen unterschiedlichen Unternehmen und Mandanten zusammenarbeiten zu können. Und das Level, mit dem du zusammenarbeitest, war von Anfang an schon relativ hoch. Und dann begegnest du vielen High-Performern. Und auch innerhalb dieser Gesellschaft zur damaligen Zeit sind viele, die haben meistens nur die wirklich sehr, sehr guten Leute von der Universität genommen. Ich hatte tatsächlich Glück. Aber natürlich bist du in diesem Peer-Group-Vergleich. Und da willst du mithalten. Disziplin musste ich in der Tat lernen. Ich musste auch lernen, mich erstmal zu strukturieren. Wenn du so viel arbeitest, du hast ja auch Sport getrieben, du hast dich abends mal vor den Fernseher gesetzt, du hast dich mit Freunden getroffen. All das war plötzlich ein Stück weit hinfällig. Das war ein großer Lernprozess. Ich habe aber dann gemerkt, dass dieser Beruf tatsächlich auch Berufung für mich ist. Und es ist ein Stück weit, nicht ein Stück weit, es ist zu meinem Leben geworden. Ich fand es extrem cool zu reisen, Menschen kennenzulernen, in Teams zusammenzuarbeiten. Also ich war relativ viel alleine unterwegs. Ich war ein Stück weit ein Einzelgänger. Und plötzlich warst du in diesem Team. Und es ist egal, was du machst, alleine konntest du überhaupt nichts bewirken. Du konntest nur etwas bewirken, wenn das gesamte Team gut zusammengearbeitet hat. Deswegen ist es nach wie vor bei uns sehr, sehr wichtig, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die als Team funktionieren und zusammenarbeiten. Und das habe ich dann gelernt. Und das hat mich beschäftigt. Und es war, weißt du, das war, du hattest nie Routine. Das ist bis heute so. Ich bin immer noch am Lernen. Ist das anstrengend? Das ist immens anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, das hört nicht auf. Und selbst jetzt mit 52 komme ich manchmal nach Hause und denke mir, hast wieder was gelernt. Und das macht Spaß. Du hast gerade Beruf und Berufung gesagt. Magst du mal erklären, welchen Unterschied es da bei dir gibt? Ja, ich habe, es gibt ja in den letzten paar Jahren, gab es ja sehr häufig die Diskussion Work-Life-Balance und dass es sehr, sehr wichtig ist, eine entsprechende Work-Life-Balance zu haben. Ich tue mir mit dieser Differenzierung, mit dieser Begrifflichkeit ein ganzes Stück weit schwer, weil ich nicht differenziere zwischen Arbeit einerseits und Leben andererseits, sondern ich kann mich sehr umfänglich in meiner Berufstätigkeit verwirklichen. Und es ist eben dadurch auch ein Stück weit mein Leben geworden. Ich mache das. Ich gehe da hin und erfreue mich. Ich komme nach Hause und bin noch immer erfüllt. Wenn du einen Beruf ausübst mit dem primären Ziel, ich muss meinen Lebensunterhalt bestreiten, ich muss Geld verdienen, um meine Wohnung und meine Familie zu ernähren, aber meine Erfüllung finde ich in einer anderen Aktivität, zum Beispiel Sport zu treiben oder mit meinen Freunden ins Kino zu gehen, dann ist es wichtig, dass du da eine Balance findest. Das kann ich auch gut verstehen. Aber dann macht ein Job wie der meinige wenig, wenig Sinn. Weil du musst dich insgesamt einbringen und hier zu differenzieren zwischen einerseits Arbeit, andererseits Leben, funktioniert meiner Ansicht nach nur schwer. Ich habe ein gutes Zitat, wo man dazu gehört hat, die beste Work-Life-Balance ist keine. Wenn du viel Work in deinem Life und viel Life in deiner Work hast, dann braucht es diese Trennung gar nicht mehr. Das gefällt mir gut. Das stimmt auch so. Es ist aber, selbst wenn es für mich so funktioniert hat und ich in diesem Beruf aufgegangen bin und ich mache es noch immer gerne, es wird zwar immer anstrengender, aber am Ende des Tages ist es immer noch das, was ich immer wieder wählen würde. Aber du brauchst auch den Rahmen und das Umfeld dazu. Also wenn du meine Frau fragst oder meinen Sohn fragst, wie die das erlebt haben, haben die sicherlich ein anderes Begriff. Das denke ich mir. Deine Karriere auf dem Papier liest sich ja wie so eine nahtlose Success Story. Du warst als Studium Senior Manager bei Ernst & Young, Niederlassungsleiter bei Deloitte und heute Standortleiter bei PwC. War es dann am Ende so nahtlos und so geradlinig, wie es auf dem Papier aussieht? Nein, nein, gar nicht. Also der Weg dorthin war sehr, sehr schwer. Zur damaligen Zeit, ist es glaube ich immer noch heute, ist es heute noch immer so, die Durchfallquoten beim Steuerberater sind relativ hoch. Was heißt das? 50 bis 60 Prozent. Oh was? Ja, du gehst da, ich kann mich erinnern, ich hatte dort einen Lehrgang besucht, irgendwo in Springe, in der Nähe von Hannover, tief im Wald. Du wirst dort 18 Wochen eingesperrt, quasi eingesperrt, ziehst dir das rein und dann gehst du in den Steuerberater und ich habe damals beim ersten Mal nicht bestanden. Das war für mich schon fast tragisch, weil ich das in dieser Form auch nicht kannte. Habe dann meine Frau kennengelernt, habe geheiratet und dann dachte ich mir, mein Gott, du musst jetzt diesen Steuerberater schaffen. Das war ein immenser Druck, damit umzugehen, weil ohne Steuerberater hätte ich dort nicht weitermachen können. Und dann war ich wieder weg und habe ihn beim zweiten Mal geschafft und dann dachte ich mir, wow, das ist es jetzt erst mal und ich kam ins Büro und mein damaliger einer Chef sagte zu mir, herzlichen Glückwunsch zum Halbmenschen. Und ich so, what? Halbmenschen? Aber es war damals, du bist erst wirklich was gewesen, warst du WP, Wirtschaftsprüfer. Also muss ich den Wirtschaftsprüfer machen. Da war unser Sohn schon auf der Welt, ein Schreikind. Der Noah hat mal vier Jahre durchgeschrien. Das hat er ganz cool durchgezogen. Heute ist er ein ganz, ganz toller Junge. Aber das gleichzeitig kombiniert mit in den Wirtschaftsprüfer zu gehen, auch wieder Durchfallquoten von 50 bis 60 Prozent. Das war nicht einfach. Bestanden, dann ins Büro gekommen und ich dachte, jetzt kann ich, jetzt wird es etwas ruhiger und dann sagte mein damaliger Chef, nee, jetzt packen Sie Ihre Sachen und gehen in die USA. Weil ohne USA ist eine Partnerschaft bei uns nur schwer möglich. Und dann bin ich nach Hause, habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen in die USA und sie sagt, das kannst du völlig vergessen. Ich habe hier ein Schreikind und du bist eh nur unterwegs. Und ich kann mich erinnern, das war nicht ganz einfach. Ich bin morgens dann aus dem Haus gegangen beziehungsweise habe die Wohnung verlassen, konnte mich noch nicht mal richtig verabschieden und saß dann im Flieger und bin nach Silicon Valley geflogen und hatte dort eine zwar sehr spannende Zeit, aber eine sehr, sehr harte Zeit. Ich dachte, in Deutschland viel gearbeitet zu haben, aber in den USA war es deutlich, deutlich, deutlich mehr und der Wind ist rauer und auch die Feedback-Kultur in den USA ist eine andere als in Deutschland. In Bernstein, in Deutschland zählte ich immer zu den Guten. Ich habe ordentlich performt und in den USA, ja, da musste ich neu lernen, mich auch zu orientieren. Ständig wechselnde Mandanten, ein anderes regulatorisches Umfeld, riesige Unternehmen wie Google, HP, Sun, das war für mich neu. und dieses ständige Neu-Sich-Kalibrieren, das kostet Zeit und Kraft. Und als ich zurückkam, habe ich dann gefragt, wie es weitergeht und in Nürnberg war einfach nicht genug Platz für zwei Partner und ich war ja nicht alleine dort und ich habe mich dann, ich sollte damals dann nach Kanada gehen und sollte in Kanada dort eine wichtige Funktion übernehmen. Das war 2008, 2009, albern. Das war die Zeit, wo wir eine Finanzkrise hatten, aber in Nordamerika war es eine schwere Wirtschaftskrise. Und ich hatte eigentlich meine Koffer schon gepackt und war auf dem Weg dorthin, als meine Frau meinte, willst du dich nicht nochmal erkundigen, weil man hört ja, das sieht nicht so toll dort aus. Und es wäre Toronto gewesen, wäre für mich ein Traum gewesen und ich habe dort angerufen und die sagten, ja komm rüber, aber wir sind nicht mehr so committed, wie wir das anfänglich gewesen sind, weil wir entlassen hier unsere eigenen Leute und jemanden aus Deutschland dann zum Promoten, zum Partner. Wir versuchen das, aber wir können dir nichts versprechen. Und das war so ein Punkt, wo mir sehr klar war und Klarheit ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich brauche immer Klarheit in meinem Leben und in meinem Beruf, dass das nicht funktionieren würde. Da war ich sehr, sehr bei mir und habe gesagt, Ernst & Young, der Weg hier ist vorbei. Und dann hatte ich unterschiedliche Optionen und habe mich für die Leute entschieden. Und es war zur damaligen Zeit die richtige Entscheidung. Und die Leute hatte sich hier entwickelt in Nürnberg und ich hatte dort die großartige Möglichkeit, bei der Entwicklung dieses Offices mitzuhelfen und kam da relativ frühzeitig dann in diese Position des Niederlassungsleiters, was zum damaligen Zeitpunkt, ich war glaube ich gerade 40, schon eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit war. War großartig, aber es war sehr, sehr herausfordernd. Ich kam in diese Position eigentlich in einem zu jungen Alter. Okay, warum? Ja, das ist eher eine Seniore-Position. Das dauert in der Regel Mitte 40 oder sogar ein bisschen später. Man muss sich natürlich das eine oder andere verdienen. Aber es waren damals die Umstände. Es hat sich so für mich ergeben. Ich habe die Herausforderung angenommen und ich hatte ein großartiges Team. Ich hatte Kolleginnen und Kollegen, die mich damals mitbegleitet haben zu die Leute. Die sind immer noch mit mir zusammen. Großartig, großartige Erfahrungen, die wir da zusammen in den letzten 25 Jahren gemacht haben. Ja, aber wie schon gesagt, das war für mein Alter keine einfache Aufgabe. Du hast gerade gesagt, du warst zu jung für diese Position. Da möchte ich mir vielleicht zwei, drei freche Rückfragen stellen. Es ist ja eine Diskussion, die ganz häufig geführt wird, vor allem im Business-Kontext. Also was hat das Alter mit dem tatsächlichen Skill zu tun? Und ich meine, in so einer Position, klar brauchst du eine gewisse Seniorität, die du einfach mitbringst. Da spielt so eine Erfahrung mit rein. Und natürlich auch Leadership-Skills. Kann ich ein Team führen? Habe ich die genötige Resilienz für sowas? Also alles, was da eben mit rein spielt? Du hast aber gerade eben gesagt, das fand ich ganz spannend, weil ich wollte die Rückfrage stellen und dann hast du jetzt quasi den Wind schon aus den Segeln genommen mit, man muss sich das eben verdienen. Was meinst du damit? Es gehört viel Mut dazu. Ich habe das immer wieder gemerkt, dass ich in meiner gesamten Karriere mit Situationen konfrontiert wurde, die mich sehr gestresst haben. Sehr gestresst haben. Und wo ich mich gefragt habe, will ich das? Weil ich einfach auch spürte, das geht jetzt an meine Energie. Und in diesen Augenblicken habe ich mich immer wieder gefragt, gehst du das an und wenn, wie gehst du das an? Und hast du die Skills? Kannst du damit umgehen? Und ich habe mir da aber auch Hilfe gesucht. Ich habe Gott sei Dank immer wieder Menschen in meinem Leben getroffen, die mich auf diesem Weg begleitet haben und mir viele sehr, sehr wertvolle Ratschläge gegeben haben. Und diesen Mut, da auch mal durchzugehen oder reinzugehen, sich mit komplizierten, schwierigen Sachverhalten auseinanderzusetzen und diese Lernkurve mitzunehmen, das muss man wollen. Und ich bin das angegangen, ging nicht immer gut. Ich bin oft gefallen, hart gefallen, hat wehgetan und dennoch habe ich immer was mitgenommen. Es gibt ja diesen, ich mag diesen Spruch nicht, du musst, wenn du sechsmal fällst, musst du siebenmal aufstehen. Pille Palle. Aber ein Stück weit ist es so, du musst da auch mal durchgehen. Und das prägt dich und das entwickelt dich und dann nimmst du einfach etwas mit. Ob es Resilienz ist, das weiß ich nicht. Also ich tue mir tatsächlich mit dem Begriff Resilienz ein Stück weit schwer, weil man das heutzutage sehr, sehr oft bedient. Du musst resilienter werden, du musst resilienter werden. Aber viele begreifen Resilienz als, ich bin in einer schwierigen Situation und ich muss mich anpassen, ich muss mit der Situation klarkommen. Mag einerseits sein, aber andererseits sollte man immer so kritisch sein, sich zu hinterfragen, muss ich mich mit einer Situation, muss ich mich tatsächlich anpassen, obwohl die Situation oder der Rahmen vielleicht einfach nicht passt. Gebe ich vielleicht meine Veränderungsbereitschaft auch auf, Dinge zu verändern, positiv zu verändern? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so kompliziert ausgedrückt habe, aber sich immer nur anzupassen, an Gegebenheiten ist nicht immer der richtige Weg. Vielleicht muss man auch den Mut haben, Dinge anzupacken und zu verändern, zu sagen, nein, das will ich eben so nicht haben. Deswegen muss man Resilienz schon für sich definieren. Veränderungsbereitschaft und der Mut, für sich selber einzustehen, weil ich glaube, mit so einer ständigen Veränderungsbereitschaft, wenn man jetzt sagt, die hat keine Grenzen, dann verliert man sich ja irgendwo auch selber und seine eigenen Prinzipien. Und für was stehe ich und wo will ich eigentlich hin? Und das ist ja vor allem dann, wenn man irgendwie Karriere machen will. Oftmals, wenn du dir nicht selber was wählst, dann wirst du halt in irgendeinen Karriereweg reingeschoben, der womöglich ja gar nicht der richtige für dich ist. Und irgendwann bist du halt dann vielleicht schon ein bisschen älter und merkst, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Sondern ich habe mich halt immer angepasst. Aber ob das dann der richtige Weg für einen ist oder nicht, muss man dann immer selber entscheiden. Andererseits, neue Wege können ja auch gut für einen sein. Ich glaube, dass das Wichtigste, was ich lernen durfte, war, sich zu reflektieren. Also, was mir fehlt, ich stehe jetzt nicht morgens vor dem Spiegel und Trommel auf die Brust und sage, hast du alles gut gemacht. Das ist etwas, was ich tatsächlich nicht tue. Ich habe in meinem Leben immer Menschen gehabt, die mir geholfen haben, mich zu reflektieren. Aber auch, dass ich gelernt habe, mich selber zu hinterfragen. Und wenn du das kannst, beziehungsweise diese Menschen um dich hast, glaube ich nicht, dass du in die Situation kommst, irgendwann mal zu sagen, das war nicht das, was ich wollte. Also, das ist wirklich für mich ein ganz, ganz großes Geschenk gewesen. Ich habe, als ich damals zur PwC kam, war ich in so einem speziellen Programm und da wurden wir für die Betreuung großer Accounts ausgebildet und ich bekam einen Business Coach. Und den habe ich noch heute. Das ist für mich ein ganz wertvoller Mensch geworden. Und diese Gespräche, die ich mit ihm habe, das ist regelmäßig zwei bis drei Stunden im Quartal oder mittlerweile zweimal im Jahr. Ich gehe noch immer aus diesen Gesprächen und habe eine andere Perspektive gewonnen. Und ich wünsche jedem, der in so einer Situation ist, dass er die Möglichkeit hat, sich mit solchen Menschen zu treffen und sich zu reflektieren. Das ist nach wie vor großartig. Wirklich großartig. Wir haben jetzt viel über Skills und Eigenschaften gesprochen, die man mitbringen muss, wenn man gewisse Karrierewege einschlagen will. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften, welche Skills sind es, die dich auf deinem Karriereweg bisher vorangetrieben haben? Ich bin sehr neugierig. Ich habe wirklich Lust, zu lernen und ich kann ziemlich bissig sein. Also wenn ich etwas möchte, da bleibe ich auch dran. Das ist etwas, was mich ausmacht. Ich kann nicht einfach aufgeben. Also ich bleibe an vielen Sachen sehr, sehr viel länger dran. und das ist, glaube ich, etwas, was mich ausmacht und was mir immer, immer, immer viel Spaß gemacht hat, ist Menschen kennenzulernen. Ob das jetzt die Teams intern sind oder extern. Also ich lerne auch von Praktikanten, die zu uns kommen. Ich habe das gemacht, dass ich die zum Mittagessen regelmäßig einlade und höre mir an, was deren Motivation ist, sich bei uns zu bewerben. Ich mag es tatsächlich, mich mit Menschen zu umgeben in meinem Business, obwohl ich privat eher zurückgezogen bin. Also wenn du mich jetzt beim Sport siehst, ob das jetzt Skitouren ist oder Fahrradfahren oder sowas oder in die Berge zu gehen, das mache ich alles alleine. Ich brauche da Zeit für mich selber. Aber in meinem beruflichen Leben mache ich das sehr gerne. Das ist tatsächlich ein toller Ratschlag. Ich sage immer, es schlummern die inspirierendsten Geschichten auch in unscheinbaren Menschen. Weil oftmals hört man sich eben Podcasts an oder Interviews an von den großen CEOs und Gründern. Aber auch im Praktikanten bei PwC, auch der kann eine Geschichte mitbringen, die vielleicht für das eigene Leben total inspirierend ist oder vielleicht auch genau der Arschstil ist, den man mal gebraucht hat oder genau das, wonach man gesucht hat. Ja und das Tolle ist, du hast dann aber nicht nur einen Praktikanten, sondern du hast da viele und jeder bringt so ein Stück weit seine Geschichte mit und wenn man die einbringt, entsteht halt dann nochmal vielleicht ein Stück weit eine größere. Würdest du sagen, dass die Eigenschaften, die du vorhin genannt hast, dass das immer noch dieselben Eigenschaften sind, die heute auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind? Ich denke, sie sind nach wie vor gefragt, aber die Fähigkeiten und Interessen, die zum Teil mitgebracht werden, haben sich verändert und ich meine das nicht wertend, aber die Hochschulabsolventinnen und Absolventen, die sich bei uns bewerben, kommen mit einer anderen Motivation. Das große Thema heutzutage ist Purpose. Das ist für mich durchaus schwierig, weil was ist der Inhalt, was ist, wie übersetzt man Purpose eigentlich richtig ins Deutsche? Ich kann mit dem englischen Begriff viel anfangen, aber was bringe ich mit, was bekomme ich aus meiner Tätigkeit? Und bei mir waren die Motivatoren andere. aus dem Umfeld, aus dem ich kam, ich wollte mal ein tolles Auto fahren, ich wollte eine coole Uhr tragen, ich wollte einen schönen Urlaub machen. Das sind nicht mehr die Motivatoren vieler junger Menschen, die zu uns kommen, sondern die wollen etwas bewegen. Und auch das Thema, sind wir wieder da, Work-Life-Balance ist für viele dieser Generation ein anderes Thema, als es für mich gewesen ist. Was du heute mitbringen musst, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Agilität, weil sich viel mehr als in meiner Zeit die Rahmenbedingungen, die Prozesse verändern. Wenn ich jetzt bei uns mir anschaue, in Sachen künstlicher Intelligenz zum Beispiel, welche ständigen Neuentwicklungen wir bei uns einführen, da hast du wenig Routine. Also, du hast dich gerade mal mit etwas beschäftigt, du kannst es anwenden und plötzlich kommt die neue Applikation, es kommt ein neues Tool. Das verursacht Stress. Und das musst du mögen. Ich muss das alles nicht mehr so können, weil ich natürlich auch Kolleginnen und Kollegen habe, die mir das abnehmen, beziehungsweise weil ich andere Aufgaben habe, aber für die jungen Menschen. Und dann hast du auch noch diese Fülle an medialen Kommunikationsformen, die jeden Tag auf dich einprasseln. Das ist nicht einfach. Es gibt ja diese schönen 21st Century Skills, die haben rausgegeben worden. Da spielen ja ganz viele von den Sachen, die du gesagt hast, mit rein. Bis hin zu so einer Medienkompetenz, einfach aber auf der anderen Seite eben auch so eine gewisse, es wird ja geklustert auch in eine Lebenskompetenz quasi, wo so soziale Fähigkeiten ja auch mit rein spielen. Also genau das, was du gesagt hast, so eine Teamfähigkeit oder die Networking-Geschichten, von denen man heute auch spricht. Das heißt, auch das wird ja heutzutage sehr oft vernachlässigt. Man hat ja ganz oft Leute, die sagen, ich mache meine Arbeit, dann gehe ich heim und von den anderen will ich nichts hören oder mit denen nichts zu tun haben. Aber da merkt man, dass es dann schon ein ganz breites Skillset ist, das du mitbringen musst, um heutzutage erfolgreich zu sein. Also Medien- und Technologiekompetenz, das hat mir sehr gut gefallen, definitiv. Und was mir auch tatsächlich noch gut gefällt, ist, als ich anfing, habe ich gesagt, okay, ich muss steuerbar, ich muss wirtschaftlich werden, sonst kriege ich diesen Weg nicht hin. Aber es gibt auch viele, die bei uns anfangen, die sagen, ich will mich heute gar nicht festlegen. Was ich machen möchte, ich möchte so viel wie möglich lernen, in der Zeit, wo ich bei dir bin. Und dann orientiere ich mich in zwei oder drei Jahren. Ich finde das spannend. Wie geht jetzt eine Brand wie PwC einerseits mit diesem Skillshift um, zu sagen, die junge Generation bringt heute einfach ganz andere Fähigkeiten mit. Du hast vorhin auch so eine Verbissenheit angesprochen, wo man ja sagt, das sind genau die Skills, die heute nicht mehr vorhanden sind. Weil Menschen halt einfach sagen, wenn das nicht für mich ist, dann bleibe ich da nicht dran, sondern es gibt tausende Möglichkeiten. Man spricht ja auch davon, dass es ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. Ich kann mir als gut ausgebildeter junger Mann in Deutschland kann ich mir quasi aussuchen, wo ich arbeiten möchte, wenn ich eben die nötige Motivation mitbringe. Also klar brauche ich so einen Grundstein an Skills, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich eine Absage von PVC bekomme, dass ich dann da sitze und arbeitslos bin. Also diese Angst muss man ja heutzutage nicht mehr mitbringen. Das heißt, wie gehen jetzt große Firmen, wie zum Beispiel PVC, wie geht man damit um, dass einerseits eben so Skillshift stattfindet, andererseits ja auch so ein Valueshift. Also du hast vorhin das Thema Purpose angesprochen. Das heißt, die Ansprüche an so einen Arbeitsspaß, wenn ich daran denke, dass mein Vater damals, als er aus dem Kosovo hergekommen ist, der hat sich nicht gefragt, macht mir die Arbeitsspaß, sondern der hat halt gearbeitet, damit wir was zu essen haben zu Hause. Und das sind jetzt so ganz, ganz andere Ansprüche, die man heutzutage hat. Also ist mein Arbeitgeber nachhaltig? Das sind alles so Gedankengänge, die man früher womöglich nicht gehabt hat. Also wie geht PVC damit um? Das ist keine einfache Aufgabe. Es ist tatsächlich nicht mehr so, dass wir eine Stellenanzeige schalten und wir bekommen die Tür eingelaufen. Das geht nicht nur uns so, sondern das geht in anderen Wirtschaftsführungsgesellschaften genauso. Weil wie du sagst, es gibt eine Vielzahl an Opportunitäten und unser Job ist nach wie vor ein sehr arbeitsaufwendiger. Mit 40 Stunden kommt man da in der Regel nicht klar damit. Was wir brauchen ist, wir versuchen einen Rahmen zu setzen, dass sich jeder in diesem Rahmen ein Stück weit verwirklichen kann. Flexwork und diese ganzen Geschichten, das ist ganz klar, dass wir das haben müssen. Ob du jetzt im Büro bist, ob du zu Hause arbeitest, ob du zwei Tage zu Hause bist und den Rest im Büro, das versuchen wir schon zu gestalten. Das Problem, was wir jetzt zum Beispiel in der Wirtschaftsprüfung haben, das ist anders als bei uns in der Steuerberatung, wo du öfter im Büro bist und dort arbeitest, ist es in der Wirtschaftsprüfung oder in der Unternehmens- oder in der Beratung bei uns so, dass du zum Mandanten musst. Also das schränkt uns zum Beispiel schon deutlich ein. Ich kann meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, Mensch, pass auf, ihr arbeitet grundsätzlich von zu Hause aus, aber wenn der Mandant uns sehen will und wir sind Dienstleister, dann müssen wir auch zum Mandanten, dann müssen wir das irgendwie hinbekommen. Natürlich kann es auch mit dem Mandanten sprechen, aber wie schon gesagt, wir sind Dienstleister und da sind wir in unserer Flexibilität ein ganzes Stück weit eingeschränkt. Was wir leisten können ist, wir haben ein unglaubliches Portfolio an Lernmöglichkeiten. Also es gibt nichts, was du bei PwC nicht lernen kannst. Und was wir eingeführt haben, ist zum Beispiel, dass wir den Freitag frei halten für alle Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich weiterbilden können. Sie können sich aussuchen, was sie lernen wollen und der Freitag ist dazu da, ich bilde mich weiter, ich lerne. Wir versuchen natürlich auch, so weit wie möglich den Sommer so flexibel zu gestalten. Also im Sommer sind manche Kolleginnen und Kollegen einfach mal zwei Monate nicht im Büro. Okay. Ja, weil die Business Season halt so anstrengend ist. Aber die Flexibilität, die du vielleicht als Industrieunternehmen hast, wo es auf der einen oder anderen Seite mehr Routine erarbeiten gibt, die haben wir nicht immer. Weil wenn der Mann dann sagt, Mensch, pass auf, ich habe jetzt ein großes Projekt, ich kaufe ein Unternehmen, ich brauche dich mit meinem Team, dann kann ich schwer sagen, du, wir können das jetzt gerade nicht leisten. Also es ist ein großes Abwägen, aber die Ansprüche der aktuellen Generation, die steigen. Purpose und Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, aber das beschäftigt ja uns als PwC in Gänze, also auch für uns, wie wir leben, Nachhaltigkeit. Also Fliegen ist zum Beispiel echt ein Thema geworden. Also ich käme gar nicht mehr auf die Idee, im Inland zu fliegen. Was früher ganz normal war, würdest du heute nicht mehr tun. Ich habe mitunter ein Thema, mich ins Auto zu setzen, irgendwo hinzufahren, weil das eben weniger nachhaltig ist. Also das sind Themen, die uns schon sehr beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die aktuelle Generation auch zu erklären, dass wir uns verändern können. Dass wir nicht nur in materiellen Dingen denken, beziehungsweise in quantitativen Dingen, sondern dass wir halt uns auch qualitativ als PwC entwickeln wollen. Wir wollen in Sachen Nachhaltigkeit natürlich auch Vorreiter sein. Das ist nicht nur für unsere Mandanten, sondern eben auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter. Aber auch das ist ein ständig sich verändernder Prozess. Die Frage ist ja dann, was kann man tun und was möchte man tun als Arbeitgeber, um attraktiv zu wirken? Also auch irgendwo, da muss ja auch irgendwo mal eine Grenze sein, wo halt man als Brand PwC zum Beispiel auch sagt, das Homeoffice zum Beispiel, möchte ich machen. Aber es gibt auch viele, die sich dann aktiv dagegen weigern und sagen, nee, das möchte ich eben nicht. Weil einerseits, bei euch kann man das teilweise auch gar nicht einführen, weil wenn du raus musst, kennt man ja aber auch aus ganz vielen Jobs, also auch ein Arzt kann schwierig Homeoffice machen. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch gewisse Themen, die man vielleicht auch nicht tun will. Da stellt sich die Frage für den einen oder anderen, der vielleicht auch in der Arbeitgeberrolle ist. Was muss man denn heutzutage alles mitbringen und bieten, um irgendwie einen jungen, ambitionierten Menschen, der gerade aus der Uni kommt, zu überzeugen, Mensch, komm doch zu mir. Ja, und manchmal musst du auch tatsächlich überzeugen. Also natürlich haben wir aus der Pandemie heraus, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass du dir eine komplette Ausstattung holen kannst und auch von zu Hause arbeiten kannst. Wenn ich jetzt noch mal auf die Wirtschaftsprüfung zu sprechen komme oder bei uns im Bereich der Beratung, das ist Learning on the Job. Jetzt sitzt du da als junger Absolvent in deinem Homeoffice und musst ongebordet werden, musst tausend Applikationen lernen, bist fachlich noch nicht da, wo du eigentlich hin sollst. Das führt auch relativ schnell zu einer Überforderung. Und wir haben das tatsächlich gemerkt in der Pandemie, dass das Kolleginnen und Kollegen, die bei uns angefangen haben, nach relativ kurzer Zeit hingeschmissen haben, weil sie überfordert gewesen sind. Und was noch mal ganz wichtig ist, Kreativität entsteht oftmals, wenn sich Menschen begegnen. Du kannst ein virtuelles Meeting aufsetzen, das mag sehr effizient sein, das mag sehr inhaltsgesteuert sein. Du gehst eine Stunde rein und handelst die Inhalte ab. Wenn du dich aber im Büro triffst und dich austauscht und jemandem begegnest, den du lange nicht gesprochen hast und sagst, Mensch, jetzt, wo ich dich sehe, ich hatte ein Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Wie bist du das damals angegangen? Hast du dafür eine Lösung für mich? Dann kommt vielleicht ein anderer dazu. Dann entsteht Kommunikation. Dann entsteht Kreativität und eine andere Art und Weise der Wertschöpfung. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Da entsteht auch eine andere Spannung, ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das kriegst du halt nicht hin. Und dann musst du halt aber auch mal den Kolleginnen und Kollegen, die gerade bei uns angefangen haben, sagen, Pass auf, es ist schon gut, aber komm bitte ins Büro. Du lernst mehr, es tut dir gut. Also manchmal musst du auch Akzente setzen und vielleicht ein bisschen nachdrücklicher werden, um das zu erklären. Das ist eben das Ding mit der Kreativität. Wenn man sie unbedingt braucht, gerade dann kommt sie selten, sondern eher in den unverhofften Momenten. Wenn man halt gerade Radfahren ist oder Joggen ist, vielleicht unter der Dusche steht, das sind die Momente, in denen man dann Ideen hat und dann gilt es, sie eben festzuhalten. Und dann spielt halt oft auch der richtige Rahmen eine Rolle. Man hat halt eine ganz klare Trennung, so geht es mir zumindest. Also Homeoffice geht schon mal ab und zu, aber eigentlich bin ich schon der Mensch, der gerne ins Office kommt, weil ich halt ein Routinenmensch bin. Dann weiß ich, ich stehe morgens auf, dann gibt es meinen Kaffee, kleine Sporteinheit unter die Dusche und ab ins Office und dann weiß ich, okay, jetzt geht es los. Und diese Trennung findet ja im Homeoffice gar nicht mehr statt. Nein. Weil man halt teilweise ziehen sich die Leute auch nicht mehr an, sondern bleiben irgendwie so oben rum, haben sie dann das Hemd an und unten im Pyjama gibt es ja ganz viele Memes zu dem Thema. Und dann ist es natürlich auch für den Kopf schwierig zu sagen, okay, wo befinde ich mich gerade? Performe ich jetzt oder liege ich noch im Bett oder was ist da gerade? Das ist so ein Zwischenstadium und wo sich dann eben ganz viele schwer tun zu performen auf Knopfdruck, was ja ohnehin eine ganz, ganz schwierige Aufgabe ist. Aber ich glaube, dahingehend ist das Homeoffice noch ein bisschen optimierungsbedürftig. Ja, aber wichtig ist, dass du die Option trotzdem anbietest und jeder Mensch ist halt sehr unterschiedlich. Die einen performen im Homeoffice besser, die anderen weniger. Aber dass man halt auch irgendwo einen Mittelweg findet. Also ich muss ehrlicherweise sagen, für viele Kolleginnen, die gleichzeitig eine Familie haben, ist Homeoffice eine großartige Geschichte. Ja, und ob da die Produktivität anders ist? Nein, gar nicht. Aber wie schon gesagt, da jeder Mensch eben einfach unterschiedlich ist, müssen wir halt als PwC auch unterschiedliche Optionen bereithalten. Aber ich bin genauso wie du in der Pandemie, ich bin jeden Tag ins Büro gefahren. Meinmal habe ich mir sogar eine Krawatte umgebunden, um wieder ein bisschen Struktur zu bekommen. Die kleinen Dinge sind es da. Die kleinen Dinge. Marco, folgende Aussage. Die Gen Z beißt sich in der Arbeit viel weniger durch als ältere Generationen. Du hast vier Möglichkeiten. Stimme voll zu, Stimme eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu. Die Gen Z beißt sich in der Arbeit viel weniger durch als ältere Generationen. Diese vier Optionen, das ist sehr, sehr schwierig. Ich kann das so nicht beantworten. Es gibt welche, die beißen sich extrem gut durch und andere, die es eben weniger tun. Gefällt mir die Antwort, weil ich generell Schubladendenken schlimm finde. Aber worauf ich hinaus will, das ist eine Statistik, die ich mir aus Statista gezogen habe. Und bei der Generation der Babyboomer stimmen knapp 32 Prozent voll zu und knapp 45 Prozent eher zu. Also insgesamt 77 Prozent dieser Generation sagen, dass die Gen Z nicht mal ansatzweise so viel leistet wie sie selbst. Siehst du in solchen Statistiken schon so eine Grundproblematik, dass man sagt, man distanziert sich von vornherein, weil ich ganz viele Diskussionen auch auf LinkedIn verfolge beispielsweise, wo über die Gen Z gesprochen wird, wo ich mir denke, also es ist schwierig zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin schon ein Fazit zu ziehen. Andererseits sind es ja Diskussionen, die ohnehin immer über die neue Generation geführt werden, bis hin zu, wie du schon sagst, man steckt diese Generation in eine Schublade, womit sich ja dann ganz viele wiederum aus der Gen Z, die sich dann schon schwer tun, sich dann beweisen zu müssen, weil man dann so, die Amis sagen so, Chip on the shoulder, dann hast du so direkt und ja, die Gen Z gilt ja ohnehin als faul und hochnäsig und möchte nicht arbeiten. Also schon eine schwierige Debatte, wenn man jetzt aus der, wenn man das aus der Perspektive der Gen Z sieht. Ja, also ich habe ja gesagt, meine Motivatoren waren ganz andere. Ich wollte ein tolles Auto, eine tolle Uhr haben. Wenn du natürlich an diesen Motivatoren, an diesem Konzept, was mich motiviert hat, festhältst und es versuchst zu transformieren auf die aktuelle Generation, wirst du scheitern. Und ich finde, wir können ja auch viel lernen von der aktuellen Generation, wenn man mal reflektiert und hinterfragt, warum ist die aktuelle Generation anders als wir sind. Also ein Aufeinander zugehen und voneinander lernen hilft da schon sehr. In der Theorie ist das ein schöner Gedanke, der aber viel zu selten stattfindet, meiner Meinung nach. Vorhin hast du gesagt, mit 40 Stunden kommt man da selten hin, wenn es um Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geht. Das ist ja eine Frage, die sowieso ohnehin eine der ersten ist, wenn man jetzt denkt an, wo möchte ich arbeiten, ist, wie viel möchte ich arbeiten. Also wie viele Stunden in der Woche. Man kennt ja das 40-Stunden-Modell, aber mittlerweile gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. 35, 30, 38, 37, 5. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass du jetzt 40 plus gemeint hast, als du das gesagt hast und nicht 40 minus. Deswegen vielleicht mal generell über, also wenn es jetzt nicht nur PwC, sondern generell so diesen Bereich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, über was für eine Anzahl an Stunden spricht man da? Also du hast natürlich auch viele Regularien, Arbeitsschutzgesetz und so weiter, grundsätzlich nicht mehr als 10 Stunden, die du täglich arbeiten darfst, beziehungsweise müssen wir darauf achten oder wollen wir auch darauf achten, dass wenn das mal geballt ist, dass sich das dann irgendwann wieder ausgleicht. Aber ich will jetzt auch nicht ausweichen, dass das Thema ist, wenn du zum Beispiel kapitalmarktorientierte Unternehmen in deinem Portfolio hast, die müssen alle bis Ende März reportet haben. Das heißt, die müssen ihren Abschluss aufgestellt haben, das Teil muss geprüft sein, dann musst du damit in den Aufsichtsrat. Die Öffentlichkeit wartet auf die Veröffentlichung der Zahlen und auch unsere Mandanten leiden unter Ressourcenknappheit. Ja, und wir sind Dienstleister. Und in solchen Zeiten brauchen wir eine sehr, sehr hohe Flexibilität. Und dann kann es auch mal sein, dass du am Samstag arbeiten musst. Also sonntags arbeiten wir jetzt nicht mehr, es sei denn, es gibt eine Inventurbeobachtung, die du machen musst. Aber du brauchst in dieser sogenannten Business Season brauchen wir eine entsprechende Flexibilität, weil wir einfach die Arbeit erledigen müssen, weil es Projektarbeit ist. Andererseits, so wie es bei mir war, dass man dann auch mal 70 und 80 Stunden gearbeitet hat und das nicht hinterfragt hat, das ist jetzt eben anders. Jetzt geht man eben auch mal mutiger auf den Mandanten zu und sagt, muss das jetzt unbedingt sein? Können wir nicht noch mal zwei Wochen nach hinten schieben, um das Team zu entlasten? Aber ja, in dieser sogenannten Business Season arbeiten wir viel. Merkt man das jetzt, dass so eine, also ich meine, das zeigt sich ja dann relativ schnell, dass es immer noch so ist, beziehungsweise, dass dieses Klischee doch ein Stück weit Wahrheit mit sich bringt. Schreckt das vor allem jetzt neue potenzielle Arbeitnehmer ab, diese Arbeitszeit? Oder ist das tatsächlich nur ein Klischee, dass man sagt, die Gen Z möchte nicht mehr so viel arbeiten? Gibt es weiterhin ganz, ganz viele Menschen, die trotzdem bereit sind, 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten in so einer Business Season? erschreckt ab. Ich will da ganz offen sein, wir tun uns schwer, die Kolleginnen und Kollegen zu finden, die nach wie vor in die Wirtschaftspfung gehen. das hat sich verändert, hat sich aber auch verändert wegen, das regulatorische Umfeld hat sich verändert. Ja, nach dem Wirecard-Skandal, die Gesetze, die da verabschiedet wurden, hat dazu geführt, dass Risiken gestiegen sind. Aber ja, ich meine, du hast heutzutage als Absolvent, hast du eine ganz andere Möglichkeit, dir den Arbeitgeber auszusuchen. Und du kannst mit weniger Arbeit anfänglich das Gleiche verdienen. Das muss nicht so sein. Aber im Hinblick darauf, dass ja viele aus der aktuellen Generation aus einer ganz anderen Situation, familiären Situation kommen. Also du musst dir nicht mehr das ganze Geld erarbeiten, um dir mal ein Häuschen zu kaufen oder sonst was. Da kommt schon viel mit. Das ist ein Stück weit, ist das eine Generation, die aus einer anderen Komfortzone kommt. Ja, das ist einfach so. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, da wird gleich die Eigentumswohnung in Nürnberg gleich mal mitgekauft. Das ist aber, das ist mir zu pauschal. Das ist schon so. Und viele wollen das nicht mehr. Aber nach wie vor gibt es viele, die sagen, ich will das unbedingt und mir macht das nichts aus. Aber es hat sich verändert. Es hat sich verändert. Und wie viele Stunden arbeitet Marc-Cosé? Das hat sich verändert. 50, 60 auf jeden Fall. Aber du kannst es in Stunden nicht mehr ausdrücken, weil ich in meiner Position mit Situationen konfrontiert werde, die wirklich sehr kurzfristig vom Himmel fallen, wirklich out of the blue und die für mich eine extreme Stresssituation auslösen. Weil irgendetwas passiert ist beim Mandanten und du musst eine Entscheidung fällen. Kannst du mal ein Beispiel geben? Du hast, ja, das ist durchaus schwierig. Also du hast, du hast beim Mandanten, du sollst in zwei Tagen reporten und plötzlich meldet ein Kollege aus China, dass sie dort eine wesentliche Feststellung im Rahmen der Prüfungen haben. Und die musst du jetzt handeln. Du musst jetzt sagen, das gehen wir mit oder das können wir nicht mitgehen. und im Fall, dass du jetzt nicht mitgehen kannst, könnte der Mandant jetzt zum Beispiel nicht veröffentlichen. Das sind extreme Risikosituationen. Und du hast nur sehr, sehr wenig Zeit, um diese Entscheidung zu fällen. Aber du musst sie fällen. Und es kann auch sein, dass beim Mandanten Betrugsfall festgestellt wurde. Ja, weil einfach das noch nicht mal intern aus dem Mandanten heraus, sondern dass dort Sachen jetzt zum Beispiel mit den ganzen Sanktionen in Russland, du musst ja heutzutage so aufpassen, dass dir solche Dinge nicht passieren. Und dass solche Dinge plötzlich hochpoppen und du relativ schnell diese Situation lösen musst. Das heißt, ich habe manchmal zwei, drei Stunden Stress, um eine Lösung herbeizuführen. Das reicht für eine ganze Woche. Ich bin danach zum Teil fix und fertig. Und wenn du das zwei-, dreimal die Woche hast, dann brauchst du auch keine 60 Stunden Woche mehr. Wenn du das am Montag hast und vielleicht noch am Dienstagvormittag, dann reicht es für den Rest der Woche. Das glaube ich. Führt mich auch zum letzten Teil dieses Podcasts, nämlich so der private Teil von Marco See. Du hast jetzt gerade extreme Stresssituationen angesprochen. Das ist ja oftmals bei solchen Berufen so, dass wenn du viel Stress auf der Arbeit hast, sei es in Form von Entscheidungsfindung, sei es in Form von vielen Stunden, viel Führungsverantwortung, dann braucht man ja irgendeine Art Ausgleich. Einerseits hast du vorhin schon angesprochen, du hast eine Frau und einen Sohn, die damit umgehen. Andererseits, was tust du denn sonst noch so hinter den Kulissen quasi, um solche Stresssituationen zu verarbeiten und so die innere Ruhe zu finden, die du ja im Alltag, im Berufsalltag brauchst? Ja, also ich flüchte am Wochenende ganz gerne in die Berge. Im Winter viel Skitouring, gehe auch viel abseits der Pisten zum Skifahren, habe dort einen Guide in meinem Lieblingsskiort und einfach weg von der Piste, weg von den vielen Menschen. Ich brauche auch Adrenalin, ich gebe das gerne zu. Ich brauche immer etwas, was den Adrenalinpegel relativ schnell nach oben bringt. Ich mache das sehr gerne, ich fahre gerne viel Fahrrad, gehe auch gerne klettern, aber ich brauche relativ viel Sport, um meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Ich habe einen Sohn, der ist 21, der Kerle geht sehr viel ins Gym. Wir waren gerade im Urlaub, das ist ganz furchtbar. Also wenn ich sehe, mit 52 und er mit 21, das hat mich auch motiviert, jetzt wieder viel ins Gym zu gehen. Ich versuche es nochmal anzupacken, aber ich merke, das ist sehr, sehr schwer. Was mir auch noch geholfen hat, ist, ich habe vor vielen Jahren das Meditieren gelernt. Ich hatte eine Situation, wo es mir nicht besonders gut ging, wo auch ich einfach an meine Grenzen gekommen bin. und da brachte mich eine ganz, ganz tolle Coachin zu meditieren. Und da bin ich auch regelmäßig einmal im Jahr im Schweigekloster gewesen. Eine unglaubliche Erfahrung. Also du kommst dahin, es wird eben nur anfänglich für die Einführung gesprochen und dann bist du da eine Woche und sprichst kein Wort, meditierst aber sechsmal 30 Minuten. Das heißt, du bist nur bei dir und das ist etwas, was für viele Menschen extrem schwierig ist, einfach mal bei sich zu bleiben. Einfach nur zu atmen und nicht zu denken. Viele denken ja, beim Meditieren kann ich mal in Ruhe da sitzen und kann mir Gedanken machen. Das funktioniert nicht. Nur auf den Atem zu hören und in dieser Woche kannst du warten, wann die Dämonen kommen. Entweder sie kommen gleich am Anfang der Woche, dann hast du Glück gehabt, dann hast du den Rest der Woche noch, um dich wieder auszubalancieren oder sie kommen am Ende der Woche. Aber sie kommen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil man ja vor vielen Dingen in einem Leben, die dich beschäftigen, davonläuft und durch das Meditieren, das hat sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, bist du sehr präsent und das kombiniert mit dem Sport, den ich mache, das hilft mir sehr privat. Viele denken ja, dass beim Meditieren darum geht, nichts zu denken, aber es geht ja darum, nur an eine Sache zu denken, nämlich an die Atmung oder eben die Präsenz, die eigene. Ja, auf den Atem zu achten, ja. Aber du meditierst dann auch? Ich habe es eine Zeit lang gemacht, nicht immer mal wieder, wenn ich merke, dass ich eben in Phasen bin, wo es mir nicht gut geht, wo ich sehr gestresst bin, wenn ich mal klarkommen muss, dann tut mir das ganz gut. Ansonsten nehme ich mir immer mal wieder so eine kleine Auszeit, einfach um so kurz Ruhe zu atmen und so. Das heißt, ich kenne mich da schon ein bisschen mit aus, natürlich nicht auf deinem Level jetzt zu sagen, ich war noch nie im Schweigekloster oder habe das jetzt irgendwie über lange Jahre gemacht, aber ich bin durchaus vertraut mit dem Konzept des Meditierens. Aber viel, zehn Minuten mal dazusetzen und nichts zu tun, ist ja für viele Menschen extrem anstrengend. Unheimlich schwierig. Unheimlich schwierig. Und seit dieser Zeit höre ich zum Beispiel kaum mehr Radio im Auto, sondern ich versuche mich mal nicht immer berieseln zu lassen. Ja. Was sind so Gedanken, die einem aufploppen beim Meditieren? Weil du vorhin gesagt hast, die Dämonen kommen dann. Beziehungsweise lass mich die Frage anders stellen. Du warst dann im Schweigekloster und dann heißt es erstmal, jetzt wird gar nicht mehr gesprochen. Also das stelle ich mir auch unheimlich schwierig vor, zu wissen, dass man den ganzen Tag nicht mehr sprechen darf. Also wie hast du es überhaupt geschafft, das durchzuziehen? Du meinst eine Woche nicht zu sprechen? Ja. Das ist vielmehr relativ einfach. In meinem beruflichen Alltag bin ich den ganzen Tag am Reden. Ich habe Meetings, ich habe Mandanten, Aufsichtsrat, Meetings. Ich bin die ganze Zeit am Reden. Jeder will von mir irgendetwas wissen. Und in der Regel sollen das jetzt auch nicht die dümmsten Antworten sein, die ich gebe, sondern das soll schon immer was Adäquates sein. Das ist einfach die Erwartungshaltung. Und deswegen, ob ich jetzt in die Berge gehe oder beim Fahrradfahren oder beim Meditieren, ich finde, es fällt mir nicht schwer. Ich war gerade im Urlaub über Weihnachten in Südafrika und auf dem Weg zum Flughafen. Da saßen wir im Auto und dann sagt mein Sohn zu mir, Papa, ich finde es eigentlich ganz cool, dass du nicht so viel redest. Und ja, das hat mich zum Nachdenken angeregt. Also es ist nicht so, dass wir nicht sprechen, aber man kann auch mal zuhören. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Ratschlag. Erst mal zuhören, bevor man spricht. Magst du uns doch mal so ein bisschen durch diese Experience Schweigekloster mitnehmen, weil ich tue mich noch immer noch sehr schwer, mir das vorzustellen, wie das dann abläuft. Und was macht man dann zwischen den Meditationseinheiten den ganzen Tag, wenn man nicht spricht? Was sind da für Menschen? Nimm uns da einfach mal so ein bisschen mit. Das sind die unterschiedlichsten Menschen. Du hast ja oftmals dieses Klischee, dass Meditation was sehr esoterisches ist. Das ist es aber nicht. Es hat auch viel wieder mit Disziplin zu tun und das ist wirklich ein Lernprozess, bis man in der Lage ist, da mal 20 oder 30 Minuten zu sitzen und nur zu atmen. Da sind Manager da, ich will es jetzt gar nicht aufzählen, alles was du dir vorstellen kannst, sind da. Da sind natürlich auch Menschen da, die sehr harte Schicksalsschläge erlebt haben. Das erfährst du dann in dieser einstündigen oder halbstündigen Einführung, weil viele darüber berichten, weshalb sie da sind. Und viele haben wieder Kraft und Energie in der Meditation gefunden. Bei mir war es ja auch so, ich bin damals an meine Grenzen gekommen, weil ich schlichtweg zu viel gearbeitet hatte. Das war ein anfänglicher Burnout. Aber ich habe das wirklich komplett hinbekommen mit Akupunktur und eben durch das Meditieren, weil es eben mit Achtsamkeit zu tun hat. Aber du stehst da morgens auf um sechs und dann geht es zu meditieren. Und ich habe das in Dietfurt gemacht, das ist ein Zen-Kloster, da ist innerhalb des Klosters, das ist mittendrin, ein Zen-Tempel aufgebaut. Und dann gehst du da rein zu meditieren. Das hat natürlich auch etwas, das wirkt, das nimmt dich mit. Und dann meditierst du eine halbe Stunde, dann geht es zum Frühstück. Und wir schauen uns auch nicht an. Also das ist, normalerweise versucht man, wenn man nicht spricht, dann über den Augenkontakt Dinge zu lösen. Aber auch das gilt es zu vermeiden. Es geht nur um Gestikulieren. Aber du bist immer bei dir. Also du bist immer bei dir. Und das machst du dann in den Pausen, gehst du auf dein Zimmer, im Kloster ist das ein sehr spartanisch eingerichtetes Zimmer. Und dann bist du wieder da und nur mit dir beschäftigt. Und in dieser Zeit, wo du alleine bist, kommen viele Themen hoch, die du erfolgreich, in Anführungszeichen, erfolgreich durch diesen hektischen Alltag hast wegschieben können. Und manche Menschen sind im Verdrängen sehr, sehr gut. Das gehört, in der Psychologie ist es wichtig, Dinge auch verdrängen zu können, weil sonst könnten viele Menschen mit dem, was sie erlebt haben, gar nicht überleben. Aber es ist auch wichtig, sich mit vielen Geschehnissen im Leben zu konfrontieren und mal zu überlegen, was ist da eigentlich passiert. Und warum ist das passiert und was hat es mit mir gemacht. Und all diese Dinge, das sind die Dämonen, die dann hochkommen. Und dich damit zu konfrontieren, das ist wichtig. Bei mir war es so, mein Papa, als der gestorben ist, der war über zehn Jahre, war das echt ein Leidensweg. Und man nimmt das mit und man beobachtet das. Aber in diesen Momenten kommt das hoch. und da entsteht dann auch unglaublich viel Trauer, die man vielleicht in diesem Zeitpunkt hat, die man gar nicht zulassen konnte. Oder auch beruflich Tiefschläge, die man versucht hat, einfach mal wegzustecken, aber wo man sagt, Mensch, das hat mir tatsächlich wehgetan. Und beim Meditieren, das hat mir meine Coaching gesagt, wenn diese Dämonen kommen, schau sie dir an. Du sollst keine Dämonen zum Tee einladen, dass sie bei dir verweilen, aber schau sie dir an und schick sie dann weiter. Aber vergegenwärtige es dir, dass da was passiert ist und dass mit dir etwas passiert ist. Und in dieser Woche kannst du halt nicht ausweichen. Du kannst jetzt nicht nach Hause gehen und kannst einen abgefuckt, Entschuldigung, einen abgefuckt stressigen Tag gehabt haben. Und dann setzt du dich in deinen Fernsehsessel, machst dir eine tolle Flasche Wein auf und ziehst dir einen Film über Netflix rein. Ja, und dann bist du irgendwann so müde, dass du einschläfst. Das funktioniert halt in dieser Woche. Diese Ablenkung funktioniert nicht. Du bist mit dir alleine. Wahnsinn. Wahnsinn. Was war denn das Erste, was du gesagt hast, als du widersprechen durftest? Ähm, Warte, wie findet dieses Schweigenbrechen anstatt? Ist das dann so eine Art Ritual? Das ist ganz schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe gemerkt, das funktioniert jetzt nicht. Also du kannst nicht wieder nach Hause kommen und wie war es und was hast du gemacht? Ich bin dann tatsächlich nochmal zwei Tage weggegangen, um da wieder reinzukommen. Das fing damals eben an, auch dass ich mir sehr schwer getan habe, gleich in Verabredungen zu gehen, wo alle Leute wieder viel gesprochen haben und dann auch erwartet haben, dass du sprichst. Das mit Radio hat mir, das war nicht einfach. Ich wollte das nicht. Also das war in gewisser Weise eine Transformation. Also das funktioniert nicht einfach so. Ist das eine Experience, die du auch jungen Menschen dir sagen, ich möchte so eine spirituelle Reise vielleicht für mich auch entdecken? Spirituelle Reise? Ja. Ich glaube, dass es gerade für die jungen Menschen noch wichtiger ist. Also wenn ich mir das anschaue, was es heutzutage, du bist in Facebook, du bist auf Insta, die sozialen Medien sind so präsent, so dominant in deren Leben. Du hast so viele mediale Quellen, die dich beeinflussen. Du hast ja oftmals zwei Handys, du hast ein Firmenhandy, du hast ein privates Handy. Dann hast du auf deinem Display unterschiedliche Applikationen laufen, hast da vielleicht noch einen internen Chat offen, dann hast du WhatsApp noch offen. Also das, was an Informationen auf dich einwirkt, das ist mitunter viel Stress. Und sich da ein Stück weit zu entgiften oder rauszunehmen oder sich zu besinnen, vor allem achtsam mit sich um. Es geht immer wieder um Achtsamkeit, finde ich das mit dem Meditieren sensationell. Weil wenn ich zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Vorlesung, ich hatte, wie immer, hat mir meine Assistentin Blocker in den Kalender gestellt für die Vorbereitung. Ich habe es wie immer nicht geschafft, weil tausend Dinge dazwischen kamen. Und dann habe ich an jeder roten Ampel, habe ich mir die Unterlagen durchgeschaut und dachte mir, oh Gott, das kann ich alles nicht. Das kriege ich alles nicht hin. Und fuck, das schaffe ich nicht. Entschuldigung, das war das zweite Mal jetzt schon. Und dann bin ich zur Uni gefahren und komme in den Vorlesungssaal und sehe da 200 Studenten sitzen. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, habe gesagt, ich bräuchte noch mal 10 Minuten und habe mich hingesetzt und habe 10 Minuten nochmal für mich Ruhe gefunden. Und dann bin ich da aber rein und ich war hundertprozentig bei mir. Und das ist genau das, was diese Präsenz, dieses Ich-bin-bei-mir, das fehlt oftmals diesen jungen Menschen. Ich weiß nicht, ob du das noch erlebt hast. Als ich Kind war, wir sind irgendwann mal auf eine hohe Mauer geklettert und das war unsere Mutprobe und haben gesagt, so, jetzt springst du von der hohen Mauer. Ist dir was passiert? Dir ist nichts passiert? Weil in dem Moment, als du dich entschieden hast, von dieser Mauer zu springen, das ist genau diese interne Präsenz, dieses Vergegenwärtigen Ich-bin-bei-mir. In dem Moment, wo du springst, passiert dir nichts, weil du bist bei dir. Und das erzeugt auch das Meditieren. Und deswegen, also ich bin jetzt nicht auf Facebook oder sowas, oder ich kann damit umgehen, mit diesem medialen Stress, weil ich viele Dinge einfach nicht zulasse. Aber das ist für viele junge Menschen, gehört das einfach zum Alltag dazu. Aber am Ende des Tages ist es auch Stress. Und ja, um deine Frage jetzt mal klar zu beantworten, unbedingt, unbedingt, weil es ja jetzt nicht unbedingt nur mit Spirituellem oder Esoterischem zu tun hat, sondern es ist die Fokussierung auf sich selbst und dieses Erzeugen von Achtsamkeit. Es war, was du vorhin gesagt hast. Es wird ja dem Meditieren oftmals so eine esoterische Art nachgesagt und vor allem das schreckt dann wahrscheinlich auch viele davon ab. Sagen sie, so bin ich ja gar nicht. Und keine Ahnung. Aber wenn man sich dann vergegenwärtigt, warum man das eigentlich macht, was dann dabei rauskommt, so eine Präsenz, sei es so eine mentale Präsenz oder einfach als so eine Präsenz, wenn man in den Raum kommt und direkt da ist und alle merken, hey, das ist ja genau das, was man will, was man vor allem auch dann will, wenn man eine Karriere machen will, wenn man kommt in den Raum und alle merken, hey, der Marco ist gerade in den Raum gekommen. Und da hast du so recht. Das ist ein wunderschönes Bild, diese Präsenz, die du dann hast, weil du bei dir bist, du bist bei dir und das merken auch die anderen. Ja, schönes Bild. Danke. Deswegen, also wir beide empfehlen, mal reinzuschnuppern und zu meditieren oder zumindest etwas zu tun für das Thema Achtsamkeit. Das muss ja nicht immer so das Meditieren sein, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, auch Sport macht achtsam. Das ist ja auch da und ich habe ja in meinen Folgen schon ganz oft darüber gesprochen, dass es halt eine Verbindung gibt zwischen kognitiver Leistungsfähigkeit und körperlicher Leistungsfähigkeit. Das heißt, Menschen, die regelmäßig Sport machen, ist ja auch bewiesen, dass die auch mental eine gewisse Fitness mitbringen, dass es dann einen Zusammenhang gibt. Deswegen auch dahingehend Empfehlung, etwas für dich zu tun. Und du hast es vorhin ja auch gesagt, manchmal braucht man Zeit für sich selbst. Die Me-Time ist wichtig, darf nicht vernachlässigt werden. Marco, abschließend. Es gibt diese wundervolle Rubrik. Favorite Quote. Dein Lieblingszitat, um diese Folge zu beenden. Ich habe im letzten Jahr für mich ein Lieblingszitat gefunden. Ich weiß nicht von wem. Das heißt, schiebe Hoffnung beiseite und du bekommst Klarheit. Und anfänglich konnte ich damit nicht so viel anfangen, aber es hat mir im letzten Jahr und auch aktuell hilft es mir in meinem Leben sehr. Schiebe Hoffnung und du empfängst Klarheit. Schiebe Hoffnung beiseite und du bekommst Klarheit. Du bekommst Klarheit. Ja. Okay. Über Hoffnung beiseite und du bekommst Klarheit. Okay. Ja, es ist tatsächlich, da ist viel Wahres dran. Mhm. Ja. Bei einigen vielleicht, dass man irgendwie, ja, ich glaube, das kann verschiedene Emotionen auslösen in einem, wenn man das hört. Weil das Thema Hoffnung, es ist natürlich immer die Frage, in welchem Rahmen denkt man an das, denkt man, also woran denkt man, wenn man an Hoffnung hört. Für die einen ist es die Hoffnung, dass was passiert, für die einen vielleicht irgendwie so diese Hoffnung, die man sich noch am Leben erhält, obwohl man schon weiß, die Situation ist hoffnungslos, vor allem dann, wenn es darum geht, irgendwie vielleicht ist jemand gerade krank oder sonst was, also diese schlimmen Situationen dann quasi. Aber es ist... Aber ich merke ja, wie dieses Zitat einen zum Nachdenken anregt. Du hast völlig recht, das heißt ja nicht, dass man einfach nicht mehr hoffen davon kann. Nur, es gibt Momente im Leben, wo es ganz, ganz wichtig ist, wieder aus der Reaktion ins Agieren zu kommen, bewusst Entscheidungen zu treffen und seinen Weg zu beschreiten oder vielleicht auch mal die Richtung zu wechseln. Und das kannst du nur, wenn du klar bist, wenn du klar siehst. Und ich bin auch immer... Hoffnung ist schon was Wichtiges, ja. Es ist nicht so, dass ich kein Romantiker sein kann. Aber für mich in meinem Leben ist es auch wichtig, Dinge anzuschauen und sie zu sehen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und zwar auf Basis dessen, was ich sehe und dann nicht unbedingt zu hoffen, dass sich Dinge nochmal ändern. Also ich komme für mich wieder ins Handeln. Und deswegen ist das für mich so wichtig. Tolles Zitat. Da sind wir wieder bei der Klarheit, die du ja schon ganz am Anfang des Podcasts angesprochen hast. Du hast gesagt, für mich ist Klarheit sehr, sehr wichtig. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Auch da wieder der Rückschluss auf das Thema Klarheit. Marco, ich danke dir. Ich danke dir. Ganz herzlich. Es hat wirklich viel Spaß gemacht mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wenn die Menschen mehr von dir sehen möchten, wo finden sie dich denn? Im Tower. Im Business Tower. Im Business Tower. Oder auf LinkedIn, glaube ich, bist du auch. Auf LinkedIn bin ich auch. Und wir haben natürlich auch bei PwC eine entsprechende Homepage für Nürnberg, wo man mich findet mit Kontaktdaten. Und ich freue mich natürlich. Marco, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank dir. Alles, alles Gute. Marco, alles Gute. Bis dann. Dankeschön. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020